Mein Vorsatz für die Fastenzeit ist, ich werde versuchen, mein Kreuz zu tragen. Nee, mach dir keine Sorgen, ich werde nicht mit diesem schweren Holzkreuz jetzt hier durch die Kölner Innenstadt rennen. Ich nehme mir auch nicht vor, klaglos hinzunehmen, wenn ich Kopfschmerzen oder Rückenschmerzen kriege. Denn das Kreuz, das sind nicht die Widrigkeiten des Alltags, auch nicht die Krankheiten oder das Altwerden. Das Kreuz, das sind die Menschen, die mir das Leben schwer machen, die mich an die Grenze bringen, die ich nicht akzeptieren kann. Das Kreuz sind meine Feinde. Wer mein Jünger sein will, verleugne sich selbst und nehme täglich sein Kreuz auf sich, sagt Jesus. Für mich bedeutet das, die Menschen jeden Tag anzunehmen, die vielleicht Unwahrheiten über mich verbreiten, die mir Steine in den Weg legen, deren Charaktereigenschaften ich nicht ertragen kann. Das erbittet Jesus von mir als Jünger und von dir als Jüngerin und Jünger. Zum Glück hat Jesus ja nicht davon gesprochen, dass man für diese Menschen positive Gefühle entwickeln muss. Das ging wahrscheinlich auch gar nicht. Das Kreuz tragen, anders gesagt den Feind lieben, ist eine knochentrockene Angelegenheit des Willens. Diesen Menschen vergeben, nicht zurückschlagen, für sie beten und sie nicht innerlich verurteilen. Ihnen Gutes tun, sobald sich eine Möglichkeit bietet und sie nicht zu schikanieren. Das ist gemeint. Wer sein Leben so verliert, wird eben nicht Verlierer, sondern ein lebendiger und glücklicher Mensch. Paradox, oder? Im Nachtgebet bete ich um den Mut und gute Erfahrungen beim Kreuztragen. 22 Uhr, DOMRADIO.DE, Dein Weihbischof Ansgar. 20 Uhr, DOMRADIO.DE, Dein Weihbischof Ansgar. 22 Uhr, das ist ein sehr cool-er Erfolg. 23 Uhr, das ist ein moderer Erfreich. 25 Uhr, AP-13 Uhr, das wird zusammen mit dem Penal über den Lern,